Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Valheim. Und heute werden wir mal ein paar Festungen klatschen, denn wir müssen noch Blutsteine sammeln. Und da hab ich richtig Bock drauf. Naja, es geht so. Seh mir, hab ich Bock drauf. Was war das denn? Warum bin ich denn hier so komisch gestolpert grad? Keine Ahnung. Ich glaube, weil ich grad zu schnell runtergerannt bin. Weiß ich auch nicht. Gut, wie auch immer. Ich geh mal kurz nach hier unten und klapp mal unser Standardprozedere ab. Ach, der ist noch in der Mache, ne? Weiß ja nicht, wie viele noch drin sind. Ich guck mal. So, ach, ist grad der letzte. Ich glaub, ich mach da noch ne Fuhre an, wa? Kann ja nicht schaden, damit wir wieder was auf Halde haben. Oder hatte ich überhaupt genug Weichgewebe gesammelt? Ich schau mal fix. Oh ja, stimmt. Na klar. Her damit. Und her damit. Und dann holen wir auch gleich Harz. Weil das brauchen wir ja auch für unser Food. Aber eins nach dem anderen. So, da ist er auch grad durch. Her damit. Riden damit. So. Und zu. Und hier auch nochmal rein. Ja, hier weiß ich immer noch nicht, wie wir das umbauen sollen, weil hier diese Säule manchmal nervt. Man muss hier immer so ein bisschen targeten. Aber eigentlich geht's ja, ne? Ich meine, wir haben das hier richtig schön eingebaut. Eigentlich ganz geil so. So, wie ist das hier mit Erzen? Hier hatten wir alles weg. Kohle könnten wir theoretisch auch noch. Ja, aber passt schon. Ich geh mal nach oben und schmeiße den Magiestuff in die dazugehörige Kiste hinein. So. Ah ja, na klar. Das hier auch. Und die Stoffe wieder rein. Und dann gehen wir mal kurz in die Nebelande Base und holen Harz. Und theoretisch auch in die Felder Base. Aber ich glaube, das braucht noch ein Weilchen. Kein Plan. Mal gucken. So. Perfekt. Oh. Hoppla. Ach ja, stimmt. Ich glaube, letztes Mal vor der Aufnahme, also als ich die Aufnahme beendet hatte, war ich hier schon mal, ne? Naja, gut. Dann macht mal weiter. Ja, dann können wir uns das mit den Trauben sowieso sparen. Bin ich ehrlich. Aber Harz erstmal rein. Huch. Ah, weil wir beim letzten Mal das doch vorgeschmissen hatten. Ich erinnere mich. Langes Herr. Gut, wie auch immer. Ich würde sagen, wir gehen zu den Festungen. Ich weiß nicht mehr genau. Notasche. Notasche 5. Hatte ich die hier drin? Wir haben ja alles, was wir brauchen, ne? Ich gucke mal, ob Magie-Maid mittlerweile fertig ist. Weil da haben wir nur eine. Und ich hätte doch schon ganz gerne ein bisschen was in petto. Fermentierung. Der hier ist schon mal fertig. Oh. Hm. Soll ich das trotzdem schon mal rausnehmen? Ja, komm. What's on? So. Rein damit. Dann haben wir nämlich wieder ein paar. Vielleicht packe ich sogar ein paar davon zurück, weil 7 brauchen wir nun wirklich nicht. Keine Ahnung, dass ich mal die Hälfte hier so reinpacke. So. Passt schon. Und dann sind wir, glaube ich, soweit fertig, ne? Mit allem. Ich könnte die hier ansetzen, aufsetzen und die Krone wegpacken. So. Dann haben wir nämlich eine bessere Mana-Regeneration. Ja, und der Rest passt so. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in Notasche 5 und gucken, wo wir da rauskommen. Ich meine, ich hatte die ja dort platziert, wo die Festungen waren, oder? Ansonsten beim Reiseportal meine ich. Mal gucken. Ach, hier sind wir. Ach ja. Ne, hier ist falsch. Gut. Ich gehe mal wieder weg. Gut, da war es noch im Reiseportal. Und das Ding ist, ich erinnere mich auch, wir hatten das Reiseportal bei der Dingens gebaut, wo wir wie heißt das? Wer ist denn dieses Schwert nochmal? Drünwin. Das letzte Teil von Drünwin gefunden hatten. Und da nehme ich mal alles raus, was wir brauchen. Den brauchen wir noch nicht. Ich nehme ja aber mal Stein mit. So. Außerdem Holz. 20. Dann ein klein bisschen Marmor, aber gar nicht viel. Ich würde sagen 15 reichen. So. Und natürlich zwei Eisen. Warum lecken das schon wieder so? Was geht denn hier ab? Schon wieder? Kein Plan. Gut, wie auch immer. Wir gehen durchs Reiseportal und dann wird erstmal belagert. Let's go. Wisst ihr jetzt wie es geht? So. Und hier sind wir in diesem Kämmerchen. Ich erinnere mich und hier hatte ich ein kleines Loch reingemacht, wo die hier aber Gott sei Dank nicht rüberkommen. Ja, dann gucken wir mal, wa? Da war eine und da hinten irgendwo, ne? Nehmen wir uns erstmal die hier vor. Oh. Hier ist noch ein bisschen Blut. Wurde letztes gefeidet. Gut, das war schön her, mein Freund. So, Straußen fahren. Warum auch nicht, wa? Na komm. Daneben. Und da sehe ich auch einen Spawner. Der wird uns die ganze Zeit in die Späre kommen, deswegen mache ich mir den mal platt. und den halt Brustitpulver, her damit und den Feuerball schön dagegen. Hat er trotzdem getroffen. Okay, das war ein bisschen zu spät, aber hat noch gepasst. So, ich muss mich erstmal hier um die Viechers kümmern. Na komm. komm. So. Daneben. So, schön im Kreis rennen. Klop mal drauf, da. Wurzels. Ich glaube, da ist ein, ja, da muss ich mal abhauen. Sieben. Und lauf, 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 lauf. Und vier. Nein, vier, Digga. Hä? Ach so, oh. Ich habe fünf und vier getauscht. Das ist natürlich unfässlich, aber gut, das kriegen wir schon hin. Oh, oh. So. Ich glaube, bei der war Feuer gar nicht so schlecht, ne? Oh, scheiße, dass ich fünf und vier jetzt vertauscht habe, das ist gerade ein bisschen nervig. So. Ich save mir mal ein bisschen Ausdauer. So. Und hier immer rumrennen, ne? Ich glaube, das ist ganz praktisch. Oh, oh. So, ich glaube, Feuer hat gut gefruchtet. Und hier mache ich mal ein paar von den Wurzeln auf den Bogen. So. Alter, das geht wie ab. Na los, verprügelt sie. schon ein bisschen Angst gerade. Oh, oh. Kommen natürlich wieder die dicken Feinde alle auf einmal. Ich gehe mal hier wieder zu den Wurzeln. Ich glaube, ich bin direkt safe. So. Ausdauer. Aua. Alter, wie viele sind die hier für wieder? Gibt's doch gar nicht. So. Schön draufkloppen, bitte. Der Morgen ist den ganzen festgeglitscht. Sehr gut. Oh, oh. Nein. Hui. Das war knapp. Das hat mich fast gekillt. So, aber die Valkyrie ist doch gleich da und dann mache ich die mal platt, oder? Hiermit. Oh, Gott sei Dank. Himmels Federn her und dann machen wir euch platt. So. Energieschild. Frost. Warum regenerieren wir so langsam? Kommt mir nur so vor, ne? Und tschüss. So. Hier ist noch Straußenfahren, das nehme ich auch noch eben mit. Und hier ist doch außerdem irgendwo ein Ding ins Gestorben. Halt mal mal. Viel zu viel davon. Hier muss doch irgendwo noch Zeugen liegen von dem... Heißt er denn? Morgen. Keine Ahnung wo. Ehrlich gesagt. Weil seine Sachen würde ich schon ganz gerne haben. Aber ich finde sie gerade nicht. hier sind Knochen. Hier auch. Was liegt hier? Eine Himmelsfeder. Sehr gut. Ja, aber ich glaube die Morgensachen sind weg. Wo ist der denn? Verreckt nochmal. Oder habe ich die Sachen schon? Die Sehne habe ich. Und das Herz. Ach so. Gut. Ich habe nichts gesagt. Dann gehen wir mal erstmal hier zum Portal und packen die Sachen weg, ne? Wo wir gerade hier sind. So. Tschüss. Und deinen Loot kann ich den überhaupt mitnehmen. Ich mache jetzt mal Stein weg. Und... Keine Ahnung. Hier die Höhlenpilze. Nein! Immer noch zu wenig. Dann auch das hier. Und das bringe ich mal kurz vor das Portal. Wo wir eigentlich auch kurz das ins Lootloch werfen können, ne? Ja, komm. So. Perfekt. Rübergerannt. Und runtergeworfen. Das hier brauchen wir. Das kommt weg. Ich mache mal so. Halt und runter. So. Sehr gut. Und wieder zurück. So. Perfekt. Ja. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns erstmal um die Belagerung beziehungsweise erstmal um diesen Spawner da vorne. War das ein Treffer? Ich weiß es nicht. Ich glaube ja nicht. So. Näher ran. Verdammt. Ich treffe die ganze Zeit daneben. So. Na komm. Na los. Geh kaputt. So. Sehr gut. Ist kaputt. Dann nehmen wir die Wurzel natürlich. So. Alle auf einem Fleck. Und im Kreis rennen. Oh oh. Shit. Ähm. Da laufe ich mal kurz weg für mein Energieschild. So. Und wieder zurück zu den Wurzeln. Back to the roots. So. Bam. So. Schön rein da. Oh oh. So. Gut. Und ich mache außerdem mal die hier neu. So. 4 und 5 getauscht. Hätte ich eben gerade schön machen sollen. Perfekt. Ja. Dann würde ich sagen gehen wir weiter. Und gucken mal wie wir hier die Belagerung am klügsten anstellen. Aber ich habe da schon so eine grobe Vorstellung wie wir das machen werden. Wir machen mal so. Und. So. Und dann wieder den Trick mit. So. Ich habe doch genug Steine. Ja. Oh oh. Stern. Wurzeln. So. Los. Hau drauf. Ich stelle mich mal hier so in Schutz. Sehr gut. Na los. Verkloppt ihn. Und. Tschüss. Dann deinen Loot bitte. Da werde ich beballert von der Balliste. Oh. Da ist der Hexenmeister glaube ich. Kann ich die Balliste von hier aus treffen. Steht zu stabil. Ich glaube nicht. Doch. Ich treffe. Oh. Das war zu hoch. Ach. Hier habe ich ihn getroffen. Ich probiere mal so. Da. Er zieht auf mich. Ist er kaputt. Ja. Er ist kaputt. Sehr gut. Oh oh. Es wird dunkel. Äh. Was mache ich denn jetzt? Soll ich in der Dunkelheit weiter fighten? Aber dann kommen die Nachtpatrouillen. Ne. Eigentlich sollte ich kurz zurück. Ich gehe lieber kurz zurück. Safe is safe. Und theoretisch. Weil ich jetzt die ganze Zeit hier hin und her renne. Könnte ich das auch vorspulen. Und ich würde sagen. Das mache ich auch. Also. Bis gleich. So. Da bin ich wieder. Und dann würde ich sagen. Bauen wir uns mal hier hoch. Wow. Direkt zwei. Oh oh. Oh nein. Ist aber gar nicht gut. Moment mal. Wo kommen die denn her? Verdammt. Habe ich gerade gar nicht gesehen. So. Ich laufe einfach im Kreis. In der Hoffnung, dass es passt. Oh. Noch ein dritter. Oh nee. Come on. Scheiße. Ich komme ab hier. Voll mit diesen Flammen von dem. Hexenmeister. So. Der ist schon mal down. Die anderen sind da hinten am Feinden. Der Hexenmeister ist hier. Ah. Ich verstehe. Dann mache ich erstmal die Astquins. So. Und dann mache ich da mal einen Troll hin. Hier. Viel Spaß. Oh ja. Aber auch nicht. Erstmal. Mana für. 120. Ne? Ja. So. Tschüss. Ja. Oh. Dann kann ich da noch ein paar Wurzeln reinwerfen. Vielleicht. Ach ja. Die machen ja gar nichts bei ihm. Glaube ich. Oh doch. Hä? Jetzt verprügeln sie ihn doch. Nicht. 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 Ich liebe dieses Beschwören. Alter. Das macht so Bock. So. Gut. Da ist noch. Ask. Wenn es darf. Das hole ich mir mal fix. So. Und hier noch ein paar. Ein paar Wurzeln. So. Und dann in meinem Kreis rennen. Das ist ein Hexenmeister. Ist der abgehauen? Gut möglich, ne? Oder ist der verprügelt worden? Weiß es nicht. Keine Ahnung. Sehen wir gleich. So. Und du bleibst mal schön hier, mein Freund. So. Und hier ist noch Ask Bin Stuff. Sehr gut. Kann ich dann jetzt hier endlich belagern? Sieht so aus, ne? Und ich glaube, der Hexenmeister ist down. Ich hoffe es einfach mal. Hier gehe ich mal so hoch. Komm mal. Hier so. Halt. Ne. Moment. Das muss ein bisschen gerader gemacht werden. So. Und dann einfach nach unten. So. Schnell. Gut. Geh noch ein Stück nach außen. Dann hier noch eine Stufe dran. Aua. Verdammt. Hat meine Stufe kaputt gemacht. Energie-Schild. So. Und dann das Ding wieder. Und so. So. Perfekt. Und hier machen wir jetzt ne ganz kleine Treppe dran. So. Damit wir hier besser hochkommen. Und nicht immer diese Kante haben. Ja. Ich weiß. Das stand in den Kommentaren. Und ich habe den Kommentar gelesen. So. Gut. Ja. Da oben ist ein Typ. Den mache ich mal platt. War. So sollte er mich nicht treffen. Sehr gut. Ich ihn aber. Halt. Das war zu hoch. So. Volltreffer. So. Er brennt. Da ist noch ein Hexer. Oh oh. Nein. 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 Oh oh. Oh. Das war knapp. Da wäre ich fast verreckt. Da könnte ich ein paar Wurzeln drauf mal haben. So. Die kümmert sich schon drum. Da mache ich noch einen hin. So. Schön drauf prügeln. Da noch einen. Sehr gut. Bringt aber gar nichts. Weil die ja natürlich immer wieder nachspawnen. Aber wir müssen auf jeden Fall erstmal die Zinnen lichten. Um voranzukommen. So. Du bist auch der. Dann gehe ich mal hoch. Ich baller mir sämtlichen Food. Damit die Balken schön riesig sind. So. Und. Hoch da. Und dann mal gucken. Ob da jetzt ein bisschen Platz frei ist. Seht aber gut aus. Nein. Nein. So. Wow wow wow. Wow wow wow. Wow wow wow. Okay okay okay. Ich werde viel zu viel beballert. Ich schmeiß einfach den Toll rein. So wie immer. Komm. Let's go. So. Dann sind die erstmal abgelenkt. Dann kann ich schön von hinten Wurzeln drauf ballern. Boah. Ist doch was los. Wow 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 wow. Wow. Scheiße. Ich kann nicht trinken. Ah. Schnell weg. Ich habe nur noch 10 live. Okay. Okay. Alter Schwede. Guckt euch das an. Oh. Der hat geschmeckt. So. Der Elementar war eigentlich verbessert. So will ich das sehen. Ja keine Ahnung. Ich habe nicht das Gefühl. Dass ich da irgendwas treffe. Hm. Ich sollte vor allem auch. Eigentlich mal auf die Spawner gehen. Ne. Auch das stand in den Kommentaren. Der hat sich darüber aufgeregt. Wie lange und umständlich ich immer diese Festung einnehme. Wo das doch viel evisierter geht. Ich weiß. Es tut mir leid. Ich gebe mir doch Mühe. So. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Das ist mir viel zu viel beballert. Und ich schmeiße noch einen Troll rein. So. Nummer 1. Und. Nochmal hoch. Und Nummer 2. Kiss. So. Und während die jetzt abgelenkt sind. Kümmer ich mich hier schön um den. So. Der ist schon mal kaputt. Dann da hinten den. Was? Wow. Die sind schon down. Oh. Oh. Nein. Der Bugenschütze. Bitte nicht. Okay. Also wenn sie dann Schaden reindrücken. Dann ordentlich. Wir haben einen Spawner schon mal vernichtet. Tut mir leid. Wenn dem das trotzdem zu lange dauert. Ich beeile mich ja schon. Da ist ordentlich was los. Gut. Ah. Eine Vase. Okay. Gut. Hätten wir das auch. Dann gehe ich nochmal nach oben. Und schmeiße nochmal einen Troll rein. War. Hier vorne vielleicht erstmal ein paar Wurzeln. Damit die aufräumen. Und da noch eine. Na komm. Na komm. Warum regeneriert die das Mana so langsam? Ich baller mir mal den Trang. Und nehme den Troll. So. Und rein damit. Oh oh. Das hätte mich getroffen glaube ich. Wow. Huch. Ah. Die Treppe ist zerstört worden. Genau deswegen mag ich es nicht mit solchen Sachen zu bauen. Weil die halt kaputt gehen können. Äh. Wo war das jetzt? Ah da. Gut. Und noch einen. Die killen den sofort. Und noch einen. So. Kann ich jetzt endlich. Oh verdammt. Oh verdammt. Oh verdammt. So. Ey. Das ist nicht wahr. Die haben mich schon wieder gekillt. So komme ich dann gar nicht voran. Oder? Okay. Ich gehe mal weiter. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich gehe trotzdem. Nein. Ich habe zu sehr Angst. Tschüss. Oh oh. Bitte lass mich. Nein. Na gut. Komm hier. Frost. Und tschüss. Ja. Schon irgendwie süß hieß ne. Stimmt. Wir müssen auch unbedingt noch welche tamen. Da habe ich auch noch Bock drauf. Also. Was heißt Bock drauf. Ganz schön nervig. Dass es so zufallsabhängig ist. Aber so ist es nun mal. So. Zack. Da. Da hol ich mal ab. Oh oh. Da ne. Da waren schon wieder die Dingens. Wie heißt es denn? Ballisten. Halt. 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 Das kann ich auch von unten machen. Ist kaputt. Sehr gut. Und noch ein Troll. So. Bitte trifft mich nicht. Sehr gut. Und direkt da noch ein. Alter. Bevor ich den zweiten beschworen habe. Ist der erste schon down. Krass. So. Nochmal. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Schon wieder. Okay. Ich glaube so wird das nix. Der Spawner ist down. Ah. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Die Balliste mache ich mal platt. Weil die beballert mich die ganze Zeit. Ich mache den übelsten Schaden. So ist down. Sehr gut. Oh. Ich kriege ich hier mit down. So. Oh. Ich mache ich hier mit down. Aber erst mal gehe ich in Sicherheit. So. Wurzeln. So. Na los. Komm drauf. So. Ja, ja. Ich gehe ja schon. Ich gehe ja schon. Na los. Verprügelt sie. Sehr gut. Weil wenn sie jetzt down sind. Bleiben sie auch down. Wo kommt das her? Das war ein Stein, oder? Von einem von den grünen. Alter. Wie viele sind hier denn von denen? Hui. Da werden wir direkt mit richtig vielen Steinen beschmissen. Das ist natürlich dreist. Nein, nein, nein. Da bin ich so weit nach vorne gegangen wieder. Okay. So. Kloppt mal bitte. Irgendwie bringt das nichts, ne? Ich habe das Gefühl, die machen keinen Schaden, wenn sie nicht sozusagen direkt in Kontakt zu dem haben. Ne. Das bringt alles nichts. Ja, doch. Hin und wieder machen sie Damage. Aber ich nehme lieber mal den Feuerball. Und immer in Bewegung bleiben. Oh. Da ist der Hexenmeister. Ich laufe schon. Ganz entspannt. Ganz entspannt. Da ist der Hexer. Hexer gleich down. Energieschild. Oh, oh. Die Balliste. Na los. Töt ihn. Na also. Der Hexer ist down. schon mal. Dann haben wir deutlich leichteres Spiel. Das ist noch einer. Kann das sein? Oh. So. Ich bringe mich um. Ich stehe mich mal hier hinter, damit das Ding mich nicht trifft. Na komm. Na komm. Triff. Na gut, dann geht er weg. Tschüss. Oh, oh. Hexenmeister. Tschüss. Wie die mich auch einfach alle vorbeilassen. Das ist natürlich nett. So. Dann klopft mal schön drauf da. Da ist der Hexenmeister mit seiner Flamme. Dann nehme ich wieder den Feuerball, ne? Der hat sich bewährt bei ihm. Oh, 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 oh. Ja, ja. Ist ja gut. Ist ja gut. Au, au, au. Nein, nein, nein. Wui. Ist hier viel los. Oh, 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 oh. Tschüss. Ey, wie viele sind hier denn noch? Sag mal. Das ist ja eine never ending story. Vor allem auch permanent beschwört der neue Nacht, ne? Ich muss ja den Hexer plätten. So. So. Diese Beschworenen vor allem, Alter. Au, 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 au. Nein. Scheiße. Das war so. Klar. Gut, okay. Mann. Da haben wir schon endlich die Spoiler vernichtet. Das geht trotzdem nicht voran. Scheiße. Na gut. So. Wir können bestimmt pennen, ne? Jo. Gute Nacht. Guten Morgen. Und wir gehen direkt runter. Ja, da müssen wir uns, glaube ich, erst kurz unsere Notklamotte anziehen, ne? Habe ich keine Wahl. Ja, das war jetzt gerade schon wieder ärgerlich. Das waren aber auch drei Hexer. Holy shit. Da merkt man echt schon, dass die enorm viel anrichten, ne? Vor allem, wir haben gerade gesehen, wie viel die beschworen haben. Ist natürlich dreist. Wir haben eine Maximalanzahl von Skeletten, die wir beschwören können. Die können scheinbar unendlich beschwören. Dreist. Gut. Wie auch immer. Hindurch. So. Energieschild. Ach. Ich habe nichts gegessen. Ich nahe. So. Na, hier unten. Läge die Leck natürlich, weil wir aus den Ashlands in unsere Welt kommen. Da kommt der überhaupt nicht mit zurecht. Ich gönne mir mal den. Und außerdem sämtlichen guten Food. Sämtliches. Gutes Food. Den Food. Der Food. Keine Ahnung. Hindurch. Hinturch. 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 Hintring wurde Walker. Vielen Dank.